Hey Leute, herzlich willkommen zu Monster Hunter 3 Ultimate im Online-Modus mit Nasox, Stars und AirX, Bukum. Heute dringende Quest für Stars. Offline, also nicht on-screen, wenn wir die für uns auch alle machen, aber wir machen das jetzt mal für Stars. Ness das, was für dich. Wer ist, bekämpfen wir? Alles für den Dackel, alles für den Club, unser Leben, für den Hund. Genau, wir kämpfen den Hund. Nein, wir bekämpfen den guten alten Lagiacros. So, jetzt höre ich die Fallgrube. Ja, und ich habe jedem mal eine Schockfalle gegeben. Also, wir geben den nicht, ich habe auf die Fressen angucken, wie lange wir brauchen. Tut aller Mann, genau. Und wir werden ihn fangen. Also der Jan hat es beschlossen zu entfangen, weil er noch ein paar Beruhigungsbomben hatte. Ja. Fangen wir ihn. Mach ich 1, 2, 3, ich glaube, ich glaube noch zwei Runden, dann ist mein, 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 mein Kräutergarten fertig. Ich muss auch meinen Kräutergarten anlegen. Ja, da musst du nur ein Singleplayer ein bisschen spielen. Ja, wollte ich ja auch machen, aber dann wollte ich die auf einmal heute schon spielen. Ja, ja, jemand sollte die Farbbelle mitnehmen. So, kennt ihr die Abkürzung? Ja, ich kann die Abkürzung. Ja, folgt den Jan einfach mal. So, ich habe keine Ration. Ich stehe, Jan. Ich muss erst mal eine Ration zu mir nehmen. Auf jeden Fall ist der Mann ein Körber. Ja, das war so ein Effekt vom Essen, oder? Äh, ne. Was ist ja mir aber vorangezeigt wird, doch. Also, ich habe den jetzt gerade nicht. Ich hatte den. Ach, das ist die Anfangsmepp, ne? Ja, das ist die Anfangsmepp. Also, ich kann euch hier sagen, in Map 3, ne? Ach, ich weiß, welches Vieh das ist. Also, in Map 3 gibt es Spinnennetz mit Käfernetz zusammen. Oh, okay. Das ist eigentlich ziemlich gut, weil man damit später Fallen bauen kann. Ich habe schon eine. Ja, klar, aber für später. Also, das gehört zur Standardausrüstung, dass wir alle später Fallen dabei haben. Cool. Kannst du es nochmal machen? Okay. Kannst du es nochmal machen? Oh, nein. Aber ins Wasser. Oh, ins Wasser? Ja. Guck mal, guck mal, das weißt du nicht, wie wir so Kleinkinder planschen im Wasser, ja? Und wir müssen über die großen Monster hier angehen. Hä? Warte, ich kann, ich mach das. So. So, dann bin ich jetzt bei 11. Ja. Ja, nicht, die auch die Falle, oh mein Gott, da unten ist von der Achsel, das wird drin. Ah, die Falle bitte noch nicht legen, ist das ja, erst wenn alle da sind. Was soll, welche Falle überhaupt? Ja, die Schockfalle. Ist das ein Hai, oder wie? Boah, das, das, das geht nicht. Äh, die Falle, ist man so ein Hai? Ja, da hinten ist viel, siehst du nicht das große Bluffhine? Ach, da, oh Scheiben. Also, die Fallengrube kannst du jetzt nicht machen, weißt du warum? Weil es, äh, weil es hier keine Grube gibt. Da musst du warten, bis der im Land ist. Wird er in den Land kommen? Äh, er kam, ja. Wir sind übrigens unterwegs, wir sind gleich da. Ich greife mir seine Hände an. Oder sein Hals. Und sein Rücken, das ist ziemlich gut. Okay, wenn wir Panzerstock haben. Wenn, wenn ihr wissen wollt, was wir da gerade rumgespielt haben, dann guckt ab, das beste Mal bei mir vorbei. Ja, genau. Verdammt, das ist voll schön. Wenn ihr wissen wollt, wer das Monster-Geriff hat, guckt bei mir vorbei. Genau. So, äh, jetzt kann entweder Stars oder Julian meine Falle liegen. Oder auch Jan. Spricht euch ab. Stars legt du zuerst. Julian, Julian, ich? Nee, okay, äh, Julian, Julian, du bist zuerst. Oh, ich kann die, kann ich die auch hier in die Luft legen. Ja, ja, einfach ins Wasser legen. Nee, in die Luft, genau. Ja, meine ich, ja, ins Wasser. Naja, also, die Schockfalle kannst du verlegen. Ja, ja, erst bei mir, äh, muss mir. Ja, ja, ich bin verwirrt, ich bin verwirrt, ich bin verwirrt, ich bin verwirrt. Jetzt ist die Falle. Sehr, ich komme jetzt, ich komme jetzt. Oh, scheiße. Hey, Randy, hast du irgendwo noch einen Pot oder so? Äh, ich kann das guten Gesundheitsfone nicht benutzen, zum Beleid. Das geht auch nur an Land. Ah, okay. Ich muss zuerst helfen. Ja, mach gleich. Und rauf, rauf, rauf. Das liegt zur nächsten Falle. Okay, ich geh schon da ein bisschen ab. Oh, fuck. Äh, ja, ich nehme gleich erstmal, ne, ich nehme erstmal hier einen Arznei. Ja, okay. Müsste ich auch mal. Warte, ich nehme auch mal einen Trank, dann seid ihr auch, du bist so geil. Oh, fuck, fuck, fuck. So. Ich bin verwirrt, ich bin verwirrt. Ist aber schnell. Und Arznei. Sehr gut. Gut, die Angst. Hier seht mich alle, hier seht mich alle. Hier platziere ich ne Bombe. Oh, weg, 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 weg von ihm. Weg, 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 weg. Ich wurde nicht getroffen. Ich wurde direkt an dem Drang. Ich hab keine Plätze, ich hab nur die Plätze. Ich hab nur die Plätze, ich hab nur die Plätze. Ja, davon trifft er nicht, aber. Was macht er denn da mit seiner Leute? Er hat mich nicht getroffen? Der hat mich nicht getroffen, ne? Das ist ja eine der kleine Lacker, weißt du. Eine Selle mächtigster, Tag, und der wird nicht getroffen, ne? Der hat mich direkt an ihm dran, ne? Er ist ja, ist er geschafft? sag mal kannst du jetzt mal stehen bleiben hier ja du hast noch eine falle aber mit der warten wir noch weil es gerade von akkorde kommt der zwischen los und ich brauche ein ich muss mich auch heilen ich bin da und ein bisschen bekommen und ich bin verwehrt ja wir müssen langsam echt mal für euch alle Kräutergarten anlegen aber wobei ich glaube wir besiegt haben können wir auch im Laden direkt trinken oder Jan ich weiß es nicht auf jeden Fall braucht ihr dann eine Honigbox damit ich mega tränke machen kann weil zehn tränke ist eigentlich oh hast du gesagt ich bin eine Honigbox auf jeden fall zehn tränke sollten dann schon ne pass auf da schießt da halt irgendwas oh nein weg hier ja genau schreue ich da auch rein macht einen auf Godzilla ich stimme mal oben und die Oberfläche sonst bekomme ich doch keine Luft stimmt da müsst ihr auch drauf aufpassen die Luft und sie werden die Brust schon mal kaputt das ist doch mal was echt das sieht man daran weil er da jetzt so einen Rüster drin hat so ein Narbe hat eigentlich ja so wir können den Schwanz noch kaputt machen den Rücken die Krallen und den Kopf also also hat noch viele Angriffsflächen ja so ich gehe mal auch mal die Luft holen ja da vorne so guck für den wollen wir schon mal was länger ja jetzt sind wir auch schon bei 8 Monster mit Anspruch ja ja weil er unter Wasser ist sonst wäre er auch schon längst ja das ist ja so okay an Land ist auf jeden Fall viel viel ehl an das leichte viele Moves nicht machen können wenn ich eigentlich einen Land holen du angest ihn er will ein 10 ist könnten dann tun wir würden wir in den 10 da geht er nur von alleine und ich bin gleich tot so Oh, Jan, Jan, Jan. Deine gute Form ist vorbei, oder was? Nein. Oh, fuck. Oh, fuck, du sagst es. Irgendwie habe ich da gerade weggehauen. Wow, danke schön. Danke schön, dass du nicht weggehauen hast. Ich habe mich gerettet. Hast du nichts? Wieso? Ich wollte gerade wegrollen, aber du hast mich getroffen. Oh, Entschuldigung. What the fuck? Oh, verwirrt. Ich hasse verwertet sein. Ich bin nicht. Oh, da liegt er da gerade schön. Komm, schau. Äh, fang bei Jan. Ja, der geht jetzt zu 12. Also, ich verlegen, Jan. Ey, lass erst mal warten, bis der schläft, dann legen wir die an ihm dran. Oder wartet, bis ich da... Also, ob der da noch fangen war ist, ne? Ja, siehst du doch dann, oder? Na, ne, ist okay. Ja, da geht auch nicht rein, ne? Der ist noch am Eingang. Ja. Na, nicht rein? Ne, 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 also wir sehen, dass er am Punkt, wenn er ganz oben in der Ecke ist und schläft und er sich gar nicht mehr bewegt. Hm, jetzt geht er gerade hoch. Jetzt macht er da radium 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, okay, komm. Ja, hoffen wir, dass er schläft. Ich hoffe, ihr macht es nicht allzu schnell, weil ich muss noch hier... Äh, du kannst dich noch nicht anfangen, denn... Hm, wir fangen den... Stimmt. Okay. Okay, ich schläge auf die volle Nehminuten, wenn... Kann ich einfach eine Trainer sein, oder so? Noch irgendwas? Kann ich in der Zeit besser... Ja, kannst du... Kannst du... Kannst du... Und wir fangen... Kannst du... Oh, lol... Oh, sein Schwanz ist ab... Haha, geil. Oh, nein. Ja, hast du... Wie viele Bomben hast du noch hier? Äh, zwei. Ja, das ist noch eine Falle. Was ist passiert? Wir haben den Schwanz abgeschüttet. Der Schwanz ist ab. Klar. Willst du ihn jetzt noch fangen, oder sollen wir ihn töten? Ja, komm, das töten. Kann man den noch fangen? Ja, klar. Ja, okay, dann lege ich eine Falle. Ja, komm, ich weiß, dass der Schwanz aufhören kann. Okay, wenn ich einmal drauf war, ja. Das war schon irgendwie lustig. So, mal gucken. So, da bin ich. Wo ist der Schwanz? Ja, der liegt hier. Hier in der Mitte. Perfekt in der Mitte. Ich hab ne Bombe gelegt. Alter, kein Bock mehr. Komm, ich geh den mal treten. Ich geh den mal treten hier. Rex Vieh. Oh, warte. Oh, ich will den auch treten. Oh mein Gott. Oh nein. Warte, ist das weggemacht. Ich hab ihn auch getreten. So. Kann ich mich mal treten? Ah, nee, doch nicht. Kommt der denn jetzt? Ach, nein. Schießt ihr nur seine... Seine Dingsbugs. Nee, kein Bock mehr. Jetzt kommt der, jetzt kommt der, jetzt kommt der, jetzt kommt der, jetzt kommt der angeschwung. Also, er hat sie mich noch nicht drauf gerufen. Oder er war schon so geschwächt, dass er nur eine gereicht hat. Also, er ist bald tot. Okay, jetzt haben wir echt nicht so lange gebraucht für den, ne? Aber mit den Fallen und so. Wow. Wir haben für den genauso lange gebraucht wie für... Nee, beschwert euch nicht, wenn wir nicht alles kriegen, was hier rein... Was... Hier, ne? Das ist nicht meine Schuld. Soll ich nochmal machen? So, auf jeden Fall dringend eine Quest locker geschafft. Ist das das Falsche? So, wir sagen mal, noch ein paar Materialien. Oh, Mann. Ja, äh, war... War jetzt doch nicht so schwer, wie ich gedacht hab. Wobei, der ist das gestorben, ne? Du Lappen. Dafür kann ich nichts. Warum? Man hat mich gerade getroffen, als ich ausweichen wollte. Das stimmt. Und ja, das ist, ja, okay. So, nur was, die beiden Döfels noch dreimal machen. So, ich weiß, also, zählt nicht so. Ah, nee, wohl, doch, ich kann ja noch kommen. Also, bis hin. Boah, 30. Glaube ich habe richtig, ich habe richtig viel gekonnt. Knochen, Rüstungskugel, Haut, Rüstungskugel, 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 Schuppe, 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 Klaue. Ich habe nur Scheiße von dem Kreuzer, ganz ehrlich, ja. Ich weiß gar nicht, was ich von ihm bekommen habe. Ich habe alles einfach eingesammelt. Fick mal auf dem Loring schon Hörner von dem? Äh, der Jäger, dann sind hier so zwei, ne? Ne, ich glaube, nur Platten, aber Hornkicks auch nur, wenn wir den Kopf kaputt machen. Ja, ich weiß aber, ich glaube, man kippt nur Platten bei den... So, wir sind, glaube ich, noch keine Stufe 2, ne? Ne, doch. Ne, ne, nur du, weil wir die dann in der Quest noch machen müssen. Ach so, stimmt. Willst du den Part jetzt beenden? Äh, ja, wir beenden jetzt und spielen dann so noch weiter, damit wir alle die dann in der Quest fertig haben, weil sonst... Ja. Genau. Weil sonst haben wir das, sonst kann der alleine nur weitermachen, ist das. Gut, Leute, das war's dann für den Part, äh, also waren wir wieder ziemlich fix durch. Folgen mich eigentlich, ja? Dass es doch so gut läuft. Und wir sehen uns im nächsten Part, da sind wir Stufe 2, auf jeden Fall, äh, alle. Oh, ja. Mal gucken, vielleicht gibt's da neue Waffen auch. Mal sehen, was wir so zur Auswahl gleich haben. Oder vielleicht werde ich ne neue Rüstung haben, wer weiß. Genau, äh, für Starzwatch ja ne Kuropeko, so, weil ich fahren, daher... Ey, man hörst du spoilern. Ja, wurde schon lange erwähnt, daher. Daher sehen wir uns beim nächsten Mal, bis dahin und ciao. Macht's gut. Tschüss.